Und den da auch wieder Können wir beide dauern Das war's, du produzierst jetzt Dauerschleife Immer wenn wir Eisen haben, mach Eisenbahn Ah, da sind die Zahnräder fertig Ich brauche nämlich neuer Eroberer So, lass ich mal etwas zurückfahren Und die anderen beiden kämpfen Zum Heil unserer Mann 6, 7 und hier sind nochmal 7 Ja, macht 14, okay So, sind wir mal etwas kreativ Was hier die Verteidigung angeht Was hier die Verteidigung angeht? So Ah ja, Steinchen Ach nö Haben wir eine freilaufende Treppe Was hier die Verteidigung? Was hier die Verteidigung? Was hier die Verteidigung? Was hier? Okay, im Augenblick sollte ich vielleicht Leute aus dem Steinbruch abziehen Oder sie zieht sich gerade selber ab Powerauftrag Achso, das ist ja der Die Position da Ja, bauen Und ihr zurückerobern Weil ich es voll verpeilt habe Genau Steine nehmen Ach, ein großer auch noch Und ich wollte noch sagen Nicht da hinstellen Und ich bin jemand Ich bin jemand wieder ein mann verloren zwei mann verloren sogar es Da werden jetzt Eroberer hingepackt, weil wir einen zu viel hatten. Auch gut. Die beiden nehmen wir aber erstmal wieder weg. Hier können wir Steinchen abbauen. Es ist ärgerlich, dass mir jetzt gerade zwei Männer fehlen. Das Problem bei Eroberung ist echt, ich kann nicht alle als Soldaten lassen, also alle als Zivilisten lassen, weil ich immer Soldaten brauche, um zu reagieren. Ich glaube, wir versuchen es bald mal wieder mit Survival oder einfach mal mit Freien bauen. Und du baust Felsen ab, dass du was zu tun hast. Du läufst zum Glück in der Endlosschleife, das heißt, wir kriegen immer mehr Eisen rein. Dierkirchen. Vielen Dank. Ja, kommt her. Ich hau euch platt. Ja, kommt her. 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 Ja, da, ja. Ach, ja. Oh, ja. Oh, ja. Ja, gut. Ja, gut, ja. Der Tunnel ist, ja. Ja, ich ist, ja. Ja, da, ja. Ja, ich habe es geschafft hast, hast du es geschafft hast, hast du es geschafft hast, hast du es geschafft hast, dich einzumauern. Ja, ich kann her, ich kann, ich kann dir, also, ich kann her. Und wieder abstellen Du meine Scheiße Die wollen da durch, okay Ach ja Die sind ja mittlerweile verpackt Die mag, wusste irgendwie Warum auch immer Die schießen nämlich einfach im Nahkampf Die sind ja mittlerweile verpackt Und dann nehmen sie mir jetzt da drüben wieder alles weg Ey, die Tür hat überlebt, dafür ist ein Loch in der Mauer Wo genau soll der Gegner stecken Ist mir egal Ihr beide könnt eure Waffen mal wieder abgeben So viele Kämpfer brauchen wir dann doch nicht Der steckt aber nicht da drin fest, oder? Nein, der steckt da fest Dass da Magus gespawnt ist Das will mir nicht gefallen Was macht ihr beide da? Was? 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 da ich Mann ich 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 brauche jetzt einen Arbeiter, der mir den da rausholt. Ernsthaft. Du wirst auch gerade getötet, auch gut. Ja, Leute, ich will aber vorschlagen. Wir speichern hier. Und vielleicht schreibt ihr mir in die Kommentare, ob ich überhaupt diese Eroberung weiterspielen soll oder ob ich lieber wieder auf Invasion wechseln soll. Das war wahrscheinlich vernünftiger. Also, bis dann.